Ja, somit begrüße ich euch zu einem kleinen spontanen Stream. Genauso wie ich gestern spontan Star Wars Battlefront gespielt habe, spiele ich heute spontan eine Runde Supreme Commander Forged Alliance. Mit den anderen Leuten vom Discord, mit denen ich schon häufiger Battlefront gespielt habe und jetzt auch ein bisschen Supreme Commander spiele. Ich hatte ja gestern und vorgestern gesagt, dass ich in Zukunft auch probiere, ein paar Spiele einfach zu streamen, die ich auch so einfach nebenher gespielt hätte. Nehme euch jetzt einfach mit in ein neues Spiel, was ich auf dem Kanal hier noch nicht gestreamt habe. Kleiner Kommentar noch während des Schnitts von diesem Video. Ich werde in Zukunft öfter mal Supreme Commander aufnehmen, schneiden und hochladen. Im Moment höre ich dabei meistens Musik, deshalb hört ihr wahrscheinlich keine In-Game-Sounds. Ich probiere das in Zukunft ein bisschen zu verändern mit meinem Audio-Setup, damit ich auch nebenher Musik hören kann, ohne dass das Video später gesperrt wird. Aber die ersten drei, vier Runden, die ich auf dem Kanal hochlade, werden wahrscheinlich ein bisschen stumm sein, während ich oder meine Mails auf dem Discord nicht reden. Aber ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht abschrecken. Viel Spaß beim Zuschauen. Dazu sei noch gesagt, wer Lust hat, SCFA zu spielen oder mehr über dieses Spiel zu erfahren, kann natürlich gerne in den Kommentaren nachfragen. Ich erkläre gerne ein bisschen was und lade euch natürlich auch gerne auf den Discord ein, wo sicher die eine oder andere Runde SCFA öfter mal gespielt wird. Okay, let's go. Achso, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ups. Wir haben getauscht. Aber wenn du willst, kannst du einfach nach links gehen und ich glaube einfach... Nee, nee, nee. Das ist... Noll. Ineffizient-Matsch. Nee, nee. Mach das mal einfach jetzt. Auf anderen Slots, ich spiele auch immer auf anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. We have Scouts. Mega gut. Der versucht, mein Scout zu reclaimen, während ich das nicht abschieße. Ich glaube, ich werde ein Opfer haben. Du Reuniger, Druide. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe es nicht. Da kommt Projektilehilfe. Ich habe keine Ehe da. Ich kann mich halt gerade nicht bewegen. Ich kann dir auch nicht helfen. Kommst du klar? Ah, es gibt zwei. tipps weiter es ist schon wieder die scheiße hier und was mal will ich noch mit gern wenn der turd creep macht so eine scheiße und dafür habe ich jetzt schon alle meine units verloren geht nicht und dann gehe ich nächste runde auch tag 2 anstatt shit 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 ich bin tot fucking mercies ja und der eine von den gegnern wurde auch mit mercies gewusst halt bitte ja ja kann es sein dass es auch genau derselbe spieler ist mit dem pd creep kann sein bin mir nicht ganz sicher hat mir letztes mal drei bomber bei mir hängen mal damit die präsentiert ja 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 Erstmal lenken. Wollen wir eine Fettball zusammenbauen? Ich baue gerade schon die Toten an der Front. Wenn ich mir ein Boot können, kann ich da Endless hinschicken. Ja, das ist bald. Dann abgeräte ich lieber meine Max-Szene. Vielleicht brauche ich erstmal E. Oh, dann schließlich ist er ja markiert. Ja. Über die Hälfte. Oh, leil. Nice. Braun hole ich auch noch. Toll. Und er schießt. Was war das gerade? Ja. Ich bin auf, oder? Ja. Der grüner. Ja, eine experimentelle Early zu haben, lohnt sich halt echt. Ultra. So Early war es gar nicht. Ja, aber im Vergleich zu denen. Also, die hatten sie ja, wir hatten ihren PC. Aber der ist auch teurer. Der Toyota ist auch teuer. Aber, also. Dann hat er glaube ich natürlich zehnmal schneller fertig. Der Commander ist hinten, ne? Ja. Das war der Commander. Gunships hatte ich gerade. Ja. Gut, Cem. Gutes. Gut, Gutes. Ich bin sehr nahe. Gut, gespielt. Meine Kameraden. Ich bin sehr nahe.